2 auf 1 ins Streich? Warum sind hier Betten? Oralverkehr, auf eine Art und Weise. Was willst du? Mach auf! Schön, du bist doch gar nicht eingesperrt. Das kann sie gerne auch tun. Ach, das ist jetzt einfach eine Aufgabe, ohne mich zu fragen, ob ich das möchte. Auch wenn ich das so oder so angenommen hätte, obwohl das schwachsinnig ist. Aber naja, so, Hecki, 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 Hecki. Was ist denn daran gut? Verschwinde aus der Bank. Ja, darf ich erstmal die andere Quests abschließen oder was? Achso, das war der Tresor. Hä, hat er mir hier nicht oben angezeigt? Wieso müssen sie immer solche Quests kompliziert machen? Dann ist doch plötzlich irgendwas anderes da und dann das und das und das. Eigentlich habe ich die geworfen. So, und die ist wahrscheinlich... Ah, nee. Ich dachte, die wäre jetzt am Arsch der Welt. Doch, mal keinen Scheiß gemacht. Menschen! Guck mal, du kannst hier durchgehen. Ich erwarte vieles jetzt hier. Schließlich hat die Quest drei Sterne. Und wahrscheinlich darf ich jetzt irgendwo in die Stadt rennen und dann das Geld holen. Das ist sowieso schon offensichtlich. Kann ich ja wieder das rein zufälligerweise gefüllte Koffer und Rucksäcke wieder plündern. Warum nimmt sie diesen Scheiß? Anderfalls wäre das so schlecht. Ich komme in Frieden. Ehrlich. Ich frage mich, wie können sie bitteschön reisen? Oder haben sie zufälligerweise unser Boot geklaut? Aber dann frage ich mich, wie können sie bitteschön sie dann plötzlich reisen? Wie lagern die mich eigentlich schon auf? Ich war da, ich verpisst euch. Was, Rochenschwanz? Warum ist da ein Rochenschwanz? Fick dich. Ach, leck mich doch am Arsch! Und was erwartet mich jetzt hier alles? Schweine, Schweine und Schweine. Gegenbleiben. What? ARD Text im Auftrag des WDR Wie drei, wie die drei einfach dieselben Klamotten anhaben. Man. Asch. Eigentlich war es eine feige Aktion von mir gewesen. Boah, iiiiih! Sorry, Boys. Und dann noch die traurige Musik. Schatz aus der Bank. Lass mich raten. Hieß er nicht anders? Achso, nee. Das war der eine. Also natürlich ist da der einzige Übergangsort. Mäh! Also... Drei Totenköpfe war jetzt diese Quest nicht. Höchstens zwei, aber nicht drei. Vielleicht... Ne, eine nicht. Zwei ist okay, aber nicht drei. Das war zu einfach gewesen. Ich glaube, ich nehme jetzt ca. eine halbe Stunde auf, oder? Dann werde ich dann lästigen. Gehe zurück zu Jorge. Ich weiß, er wird Jorg ausgesprochen, aber egal. Was ist mit den anderen? Er kriegt keine Beute ab? Was ist das denn? Aber ich werde das ein andermal abgeben. Anderfalls, ich gehe bis jetzt ab. Ich mache einfach nur einen Schnitt. Damit ich den ganzen Scheiß hier spare. Was ist das denn jetzt? Schon wieder in Ryan's Haus. Okay. Gehe zurück! Ja, also sehen wir uns gleich bei Jorge. Jorch. Jorch, Jorch. Ach, ich nenne ihn einfach jetzt Jorge. Wie ein Deutscher. Aha! Okay, dann bis gleich. Kannst du ihn an Harlow benutzen? Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so ausging. Bitch, mach henne! Bitch! Ich bin sehr gespannt. Jorch. Möchtelt, wenn man? Tja, ich komme zum Tja. Ich bin sehr gefahrt. Ich bin sehr gespannt. Es geht doch drauf, du alte! Es geht doch nicht! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo kommt der jetzt her? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier hast du deinen Scheiß Hat der noch eine beschissene Quest Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt, Der Weg hierher war ein bisschen nervig Und ja, ich wollte ja gucken, ob das eine durchgehende Quest ist Meine Fresse, meine Fresse Ach hier, doch da unten, die sind noch alle am Laufen Na, fortlaufender Nebenquest Ja, ist fortlaufend Gut, wie gesagt, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann mache ich zum nächsten Mal diese Quest Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss Das war's nicht so schön, wenn noch nicht so, wenn du sie auf einmal ausztenten kannst, dann ist sie wieder genau zu gehen, dass ihr sehr gut ist, wenn du sie auch gut ist, wenn du sie auch gut ist, dann ist es nicht so, dass ihr ob viendest ist, wenn du sie mir das jetzt, wenn du sie auch noch nicht im Bildest. Vielen Dank.